Hallo und herzlich willkommen mit dem CarRanger Einblick. Heute werfen wir gemeinsam einen Blick auf diesen 2009er Mercedes C63 AMG. Dieser C63 gehört zur Modellfamilie W204. Die 204er Modelle gab es von 2007 bis 2014. Die Coupé ist auch bis 2015. Wir haben uns schon mal ein Facelift Modell als Diesel angeschaut. Deswegen gibt es heute mal den Vor-Facelift, den 2009er als C63. Denn wenn schon, denn schon. Und ja, der C63 ist auch schon 2007 auf den Markt gekommen. Und das zeigt schon, wie verbunden da AMG und Mercedes inzwischen war. Und der 204er als AMG, das ist das meistverkaufte AMG-Modell überhaupt gewesen in der Geschichte. Über 40.000 Stück haben die Hallen verlassen. Und das ist für einen AMG tatsächlich jede Menge. Grund genug ist, wenn wir uns mal anschauen, wie viel AMG steckt da wirklich drin, wie viel ist anders als bei einer C-Klasse. Wir werfen heute auch mal einen Blick, ja, was sind die Unterschiede Facelift vor Facelift. Ja, und was kriege ich denn eigentlich für mein Geld, wenn ich mir so ein C63 geholt habe. Und wie immer fangen wir beim Design an. Und ja, natürlich hat der C63 da ein paar Besonderheiten. Ja, und wenn aus meiner Position fällt natürlich als erstes die Motorhaube auf. Das heißt, ich habe hier diese Wölbungen. Die würden mir noch besser gefallen, müsste ich dabei nicht an die erste SEK-Generation denken. Oder aktuelle GLA's. Das macht mich ein bisschen traurig. Aber vor allem von innen sieht das unglaublich schön aus. Und die Motorhaube wirkt dadurch halt sehr stattlich. Ich habe natürlich ja auch vorne bei der Stoßstange schon alles, was ein AMG irgendwo auszeichnet. Und es unterscheidet sich deutlich von der C-Klasse. Das geht natürlich auch so weiter, wenn wir einmal da drüben zum Kotflügel schauen. Da steht schon sehr, sehr stattlich 6.3. Dass die 6.3 kein Marketing-Gag ist, sondern tatsächlich Sinn macht, erkennt man jetzt an mehreren Stellen. Ja, man könnte sich natürlich erstmal diese schönen, vielspeichenden AMG-Felgen anschauen mit den 360er-Bremsen vorne und den 330er-Hinten. Ich meine aber, wenn man sich mal die Länge der Motorhaube und auch die Länge des gesamten Autos anschaut. Ja, die C-Klasse an sich sieht eigentlich ab hier ziemlich unfair aus. Aber die Proportionen sind ein bisschen anders. Sie wirkt vorne so gestreckt. Und das täuscht nicht nur, sondern man hat tatsächlich das komplette Auto um 15 Zentimeter verlängert. Das heißt, im Gegensatz zur normalen C-Klasse ist so ein 204er als C-63, 4,73 Meter lang, 1,80 Meter breit das Ganze. Und in der Höhe, ja, ein Tick flacher als eine normale C-Klasse. Also das ist nicht der große Unterschied. Es ist tatsächlich, ich habe eine andere Fahrzeugfront. Meine komplette Motorhaube, Kotflügel, alles ist individuell, alles wurde verändert. Und es ist nicht nur diese kleine Wirkung, die ich hier kriege, sondern ich bekomme einen komplett anderen Vorderwagen. Und wenn wir eben so die Frage gestellt haben, ja, wie viel AMG ist das denn wirklich oder ist das nun Mercedes mit ein bisschen Marketing? Hier ist tatsächlich alles anders, wenn man sich genau diesen Bereich da vorne anschaut. An sich die Farbe Obsidian-Schwarz ist natürlich, ja, Mercedes-Standard-Kost, die ich bei allen Modellen bekomme. Passt aber aus meiner Sicht gut zu dem Auto. In dem Fall mal ohne die getönten Scheiben. Dadurch erkennt man besser, dass er innen hell ist. Eine ja, sehr geschmackvolle Kombination. Am Heck fallen mir persönlich ja dann als erstes die Rückleuchten auf. Die Rückleuchten fallen mir deswegen auf, weil ich ein totaler Freak bin und das Auto in dem Fall von oben herab bewerte. Denn wir haben ja an den Seiten so diese kleinen Öffnungen. Das finde ich sehr interessant. Bei den Rückleuchten habe ich noch nie vorher so im Detail darauf geachtet. Und wenn man schon mal an der Seite ist und so nach vorne schaut, merkt man, ja, man hat beim Vorfeld auch die deutlich größeren Spiegel mit diesem Blinker oben, der nicht unbedingt so gut angekommen ist bei allen Leuten. Zurecht, wobei ich sagen muss, jetzt im Nachhinein finde ich es ganz interessant, weil es nicht so die Mercedes-Standard-Kost ist. Denn danach hat man einen Spiegel bekommen, den man bei allen anderen Modellen ganz genauso hat. So, und dann kann man seinen Kofferraum, wenn man denn einen Schlüssel hat, ihn ganz bequem auch mit dem Schlüssel öffnen. Das heißt, ich habe drei Tasten für Öffnen, Schließen und für meinen Kofferraum. So, und dann sehe ich auch schon, dass ich hier einen Kofferraum mit 475 Liter Volumen habe. Ja, 440 Kilo darf ich reinladen und das Ganze steigt nach hinten so ein bisschen an. Ich habe hier meine Hebel, um die Rücksitzbank direkt umzulegen. Ist also genauso praktisch oder unpraktisch wie bei jeder anderen C-Klasse auch. Doch das Thema Pragmatismus kann man hier relativ schnell abhaken, denn spätestens beim Kofferraum oder beim Deckel nach unten klappen, merkt man hier diese Spoilerlippe und dann kann man hier nochmal C63 und AMG ziemlich prominent lesen. Und natürlich auch der Diffusor, den man hier unten hat mit vier Endrohren. Das macht nicht nur irgendwo auf dicke Hose, sondern in dem Fall ist das Ganze durchaus angemessen, wenn man bedenkt, dass vorne völlig zu Recht 6.3 an der Seite steht. Deswegen können wir diesen praktischen Teil relativ schnell überspringen. Ja, die Design-Indizien hier halt ganz eindeutig. Der Spoiler und die Abgasanlage. Ob es auch auf der Rücksitzbank irgendwas beim C63 Spezielles gibt, das sehen wir uns jetzt mal zusammen. Bestes Element hier hinten habe ich an sich schon beim Türöffnen. Das ist dieses vernähte Leder hier in der Türtafel. Wir haben ja ein Auto mit der Nappa-Leder-Ausstattung. Dazu kommen wir dann vorne auch nochmal. Aber hier diese Türtafel, die ist wirklich sehr elegant, auch mit der Farbe, vom Zustand her sehr gut erhalten. Das passt wirklich super im Gegensatz zu meinen Beinen. Das heißt, sie sind hier schon ja auf Kontakt mit dem Sitz. Das heißt, diese AMG Sportsitze fressen verhältnismäßig viel Platz, wenn man bedenkt, wie dick die Lehne ist. Das wäre eine Standard C-Klasse, also ein kleines bisschen komfortabler. Auch mit meinem Kopf komme ich hier schon sehr weit hoch und hänge hinten so ein bisschen in der Säule drin. Das heißt, das komfortabelste Auto ist es, was das angeht. Nicht unbedingt. Und wer wirklich oft Leute mitnimmt, sollte zur E-Klasse greifen. Definitiv ist natürlich in einem 3er und Co. nicht besser. In der Mitte habe ich auch meine eigene Klimazone. Das heißt, ich habe die große 3-Zonen-Klimaanlage. Könnte das völlig separat einstellen. Und es gibt natürlich, so wie es sich gehört, wenn man chauffiert wird in einem C63, auch noch eine Mittelarmlehne. Und ich kann hier auch noch zwei Getränkehalter ausklappen. Das heißt, das Equipment, was ich unbedingt brauche, wie ein Ablagefach hier unten, in der eigenen Mittelarmlehne, Lüftungsdüsen, sowas bekomme ich wirklich alles. Ich habe jetzt keine Highlights wie Sonnenrollos oder ähnliches. Das heißt, für eine normale Mittelklasse-Limousine ist das sehr gut. Beziehungsweise das Besondere aus meiner Sicht ist, dass wirklich das Material. Und dieses Leder fühlt sich für mein Gefühl sehr gut an. Und ich erwarte natürlich jetzt vorne noch deutlich mehr von diesem Leder. Hier vorne wird dann gleich mit doppelter Freude eingestiegen. Ich habe einmal natürlich ja diese schöne Türtafel, die ich auch hinten habe, von den Materialien her. Ich sehe hier auch, dass ich Memorie und eine gute Ausstattung habe. Aber ich habe auch diese AMG-Einstiegsleiste, die etliches hermacht. Genauso wie die Sitze, auf denen ich sitze. Ja, ich habe Integralsitze mit integrierten Kopfstützen. Und hier oben nochmal das AMG-Logo und das Ganze in fein angenehmen Nappa-Leder. Das Nappa-Leder bedeutet nicht nur, dass ich eine Sitzheizung haben werde, sondern auch, dass ich das Memory-Paket brauche. Das heißt, das ist zwingend aneinander gekoppelt und macht das Auto eine Ecke teurer. Teurer kann man es zum Beispiel auch mit den Harman-Kardon-Boxen machen. Das sind nochmal 833 Euro oben drauf. Oder ja, gute 1000 Euro für das Schiebedach und ähnliches. Das heißt, hier ist schon ein bisschen Geld reingeflossen. Jetzt würden wir uns denken, okay, ja, aber dann ist hier nicht mal ein Navi. Würde man jetzt denken, wenn man nur die Modellpflege kennt. Das heißt, wenn man dann hier aber einmal rumdreht, sieht man, okay, das Display kommt mir einfach in dem Moment entgegen, wenn ich es brauche. Und vorher habe ich es nicht. Das heißt, ja, das Interieur ist der große Unterschied zwischen den Modellpflege- und den Vormodellpflege-Modellen. Das heißt, wenn man das mal vergleicht mit der C-Klasse, die wir uns damals angeschaut haben. Ja, da war das integriert hier alles mit dem Command und ich hatte auch andere Materialien. Ob man jetzt dieses herausfahrende Display besser gefällt oder das andere, ja, ich denke, das ist jedem selbst überlassen. Die Materialien finde ich an vielen Stellen definitiv bei den späteren Modellen besser, als sie hier sind. Ja, in dem Fall gleichen die Sitze sehr viel aus. Sie bieten unglaublich guten Seitenhalt. Ich fühle mich einfach wohl. Ich finde sie haben auch eine angenehme Weiche. Sie sind nicht zu hart, was man bei manchen Sportsitzen hat. Ja, und in dem Fall gesellt sich halt dieses AMG Performance Lenkrad noch mit dazu mit dem Alcantara hier. Was wohlgemerkt so ungewohnt ist anzufassen. Ja, die Schaltwippen passen auch dazu, zumal es hier nicht so billiges Plastik ist, sondern das fühlt sich schon ziemlich mächtig und wertig an. Ja, bei einem Nicht-AMG würde mir dieses Vogelarm wahrscheinlich besser gefallen als hier. Aber es sind tatsächlich so wenig Stellen oder sie sind so unmerklich, dass es gar nicht weiter ins Gewicht fällt. Sitze und Lenkrad machen hier wirklich sehr, sehr viel aus. Ja, hier ist meine Klimasteuerung. Auch das ist sehr gewöhnlich. Da habe ich erstmal nicht den großen Unterschied. Allgemein hier habe ich jetzt keine AMG-Besonderheiten. Hier habe ich dann also den Regler für mein Command-System. Ist natürlich noch ein Tick einfacher als bei den Modellen, die später kommen. Das heißt, ich kann zum Beispiel mein Handy-Problem das bei Bluetooth anbinden, aber ich kann halt keine Musik damit abspielen. Und ja, auch wenn ich mir jetzt zum Beispiel die Navigationskarte mal anschaue, dann ist das noch nicht so hochklassig, wie es bei den Modellen danach war. Ist aber aus meiner Sicht völlig ausreichend und ist auch voll in Ordnung. Genauso auch die Ablesbarkeit von meinen Instrumenten finde ich gut. Und was ich hier Besonderes habe, ist einmal unten steht ganz fett AMG und bei meinem Drehzahlmesser steht nochmal 6.3 vor 8. Und das macht eigentlich permanente gute Laune, wenn man mit dem Auto unterwegs ist. Man hat auch noch eine extra Anzeige für die AMG-Modis. Man kann sich hier zum Beispiel jetzt die Öl- und Wassertemperatur mit anzeigen, auch in welchem Gang ich bin und welche Geschwindigkeit ich fahre. Das ist etwas, was ich in der normalen Z-Klasse nicht habe. Natürlich mein Wischerhebel, mein Tempomat, mein Dichtschalter, all das ist Standard C-Klasse. Also da hat sich auch zum Facelift dann nicht so viel verändert, sodass der ein oder andere Hebel ist da ein bisschen anders. Aber das ändert jetzt nicht das große, ja an der Habdecke, das ist tatsächlich hier das Armaturenbrett, das komplett umgestaltet wurde. Mir persönlich gefällt das modellfähige Modell noch ein Tick besser. Aber das ist dann wahrscheinlich reine Geschmacksdaffe. Wirklich praktisch natürlich, wenn ich hier ein Spiegelpaket habe mit den abblendenden Spiegeln. Das heißt in dem Fall ist einfach die Ausstattung schon sehr gehoben für das Auto. In der Mitte habe ich hier noch ein Fach, das klappt dann beide Seiten auf. Das heißt aber auch, wenn man mit Beifahrer seine Hand hier hat, klappt nur die eine Seite zu mir auf. Komme ich also noch an die wichtigsten Dinge ran. Auch mein Handschuh, ja völlig in Ordnung, kann ich mein Handbuch reinpacken und habe noch den ein oder anderen Platz. Aber auch da erwarten mich jetzt keine großen Überraschungen. Die große Überraschung war halt hier, wie unterschiedlich das Modell sich entwickeln kann im Laufe der Zeit. Wirklich spannend ist hier doch aber eher das, was ich unter der Haube habe. Denn von ein bisschen AMG-Logos hier ist der Fahrspaß alleine auch noch nicht da. Nachdem wir jetzt innen ja endlich mal ein paar Facelift-Besonderheiten oder Modellpflege-Besonderheiten gefunden haben, kommen jetzt die Besonderheiten, was den AMG angeht. Ja, da hätte ich eigentlich schon hier am Seitenschweller anfangen können vorhin. Denn der Seitenschweller ist nicht für den Standard-Wagenheber der C-Klasse geeignet, den man aber mit dem C63 bekommt. Also nicht mit dem Wagenheber versuchen, den C63 aufzubocken. Das wird schief gehen. So, und dann kann man hier vorne mal die Motorhaube öffnen und denkt, dass man, naja, so weit geht es ja gar nicht auf. Aber man kann die Klappe hier ganz weit aufreißen. Kann man auch allgemein, wenn man ein M156 unter der Motorhaube hat. Es gibt für mich nur einen Motor in der Größenkategorie, der besser ist. Und das ist der M159, der im SLS. Wir haben hier also 6208 Kubik, die auf uns warten und bringen in dem Fall ja 457 PS. Relativ spät bei 6800 Umdrehungen. Dazu werden mir 600 Newtonmeter garniert bei 5000 Umdrehungen. Und wiegen soll das gute Stück 1730 Kilo. Nicht. Die getesteten Wagen, damals bei verschiedenen Magazinen, lagen eigentlich alle bei über 1800 Kilo, wenn man ein bisschen Ausstattung drin hat. Die 1730 wird wohl kaum jemand so wirklich fahren. Die Fahrleistung, glaube ich, da schon deutlich eher. Er regelt bei 250 ab mit dem Package bei 280. Wenn er gar nicht abriegelt, das sollte man mal herausfinden. Vielleicht, wenn es dunkel ist. Ja, in viereinhalb Sekunden geht es dann auf 100 und der Verbraucher ist mit 13,4 Liter angegeben, die man sich auch genehmigen sollte. Nach oben hin, ja, ist natürlich, was den Verbrauchern geht, hier alles offen. So, und dann gibt es diesen Motor ja auch noch in verschiedenen anderen Ausprägungen. Zum Beispiel mit einem Performance Package und 487 PS. Dann denkt man, ach, nur 30 PS mehr? Es ist doch gar nicht nur Software. Aber nein, denn ich habe dann Schmiedekolben, ich habe Titanpläuel, das heißt, der Motor an sich wird drei Kilo leichter. Ich habe eine ganz andere Hardware, soll ein bisschen mehr Drehfreude bringen. Da ist also schon einiges anders. Ja, und beim SLS hätte ich auch noch Trockensumpf, Schmierung und Co. Das heißt, da gibt es schon verschiedene Varianten. Der große Vorteil von diesem Motor ist, er ist robust. Ja, in den ersten Jahren gibt es einige, die ein bisschen Öl verbrauchen. Es gibt welche, die Öl verbrauchen, es gibt welche, die kein Öl verbrauchen. Aber es gibt, das meinte, etwas Schlimmeres, was man haben könnte als Ölverbrauch. Worüber alle klagen, unabhängig von der Zuverlässigkeit, ist die Ölkühlung. Das heißt, nach einer dreiviertelrunde Nordschleife wird es ihm zu warm, er nimmt Leistung raus und möchte erstmal ein kleines bisschen abkühlen. Das heißt, da müsste man nachrüsten, ja, wenn man irgendwie tatsächlich länger auf Rennstrecken und Co. unterwegs sein möchte. Wichtig für die Rennstrecke ist natürlich das Thema Getriebe. Und da kommen wir wieder zum Thema Vor-Facelift und Facelift. Das heißt, wir haben einen Vor-Facelift, also wir haben hier das AMG Speedshift 7G. Ja, bedeutet, wir haben eigentlich die klassische 7G-Wandlautomatik, die bis 700 Nm verträgt. Wie die sich dann schaltet und fährt, finden wir auf der Straße raus. Danach beim Facelift hat das MCT mit einer ersten Anfahrkupplung. Schaltet deutlich schneller, ist der Vorteil. Aber auch ein bisschen ruppiger ist der Nachteil, was man mag oder nicht, überlasse ich mal euch. Das MCT verträgt übrigens bis 900 Nm von der Angabe her, sollte also ein bisschen mehr abbekommen. Was wir hier aber auf jeden Fall merken ist, verdammt, hier ist viel Motor auf wenig Raum, was auch ein bisschen thermische Probleme mit sich bringt. Das Auto, ich bin jetzt noch nicht so viel gefahren, aber ich könnte mir jetzt ein paar Würstchen braten, was bei dem Wetter eigentlich durchaus angemessen wäre. Ich habe hier die legendäre Plakette, auf die ich meine Würstchen aber besser nicht drauflegen sollte. In dem Fall müssen wir dem guten Herrn Djankovic irgendwie sowas in der Art danken. Aber er hat eine schöne Unterschrift und er hat diesen Motor gut zusammengebaut, denn er macht keine Probleme. Was noch ein Problem machen kann, sind die Zylinderkopfschrauben. Das äußert sich dann im Wasserverbrauch, aber das wurde bei diesem Auto schon mal gemacht und hat doch eine Schlappe ungefähr 3000 Euro bei Mercedes gekostet. Und das Thema Zylinderkopf und Co. spielt ja jetzt nicht mehr die Riesenrolle an sich. Es ist ein reiner Mercedes-Motor, nichts abgekupfertes, ein reiner AMG-Motor, nicht von einem Mercedes-Motor abgekupfert. Das heißt, hier bekommt man tatsächlich was geboten und vor allem auch die Idee, einen 6,2 Liter in eine C-Klasse zu packen, ist wahrscheinlich ein sehr interessantes Meeting gewesen. An dieser Stelle herzlichen Dank, dass das Ganze funktioniert hat. Wie es sich jetzt wirklich auf der Straße anfühlt und ob er so problemlos ist und eigentlich nur die typischen C-Klassen Schwachstellen mit sich bringt, die wir schon im anderen Video hatten, ja, das finden wir jetzt am besten auf der Straße raus und das Wichtigste ist eigentlich, wie er sich anhört. Ja, und das müssen wir natürlich auch herausfinden. So, hallo jetzt an alle, die keinen Hörsturz haben oder sabberend auf dem Boden liegen, aber dann können wir uns das Ganze doch mal von innen und während der Fahrt anschauen. Das heißt, ja, schon beim Anmachen ist das Ganze ziemlich lustig und man ist eigentlich in dem Moment schon glücklich und jetzt wird es sehr, sehr schwierig, irgendwie objektiv zu bleiben, vor allem wenn man vielleicht beim ersten Anfang noch so ein bisschen Gas gibt, dann ist jegliche Objektivität eigentlich völlig dahin. Ja, man könnte erst damit anfangen, dass das Armaturenbrett und Co. alles über einer normalen C-Klasse ist und die Vormodellpflege sich jetzt nicht so gut anfühlt. Die Übersicht ist genauso wie bei den anderen auch okay. Einpackhilfe, so wie die kleinen LEDs da vorne und da hinten, das Armaturenkarton, klingt ganz gut, das ist die 833 Euro, vielleicht nicht wert, da streiten sich so ein bisschen die Meinungen, ich finde es aber eigentlich ganz gut. Ja, halt nicht so wie bei den größeren Autos, das ist eine E-Klasse, wird immer besser klicken von der Akustik. So, da haben wir schon so ein paar Basics irgendwie abgehakt und eigentlich, wenn man hier unterwegs ist und vor allem, wenn man das Getriebe auf manuell gemacht hat, dann kört man sich schon so ein kleines bisschen, ja wie so ein DTM-Pilot vor und besonders, wenn man dann hier diese Anzeigen noch auf AMG stellt, damit man noch immer seine Temperaturen im Blick hat, dann macht das Ganze wirklich Spaß und ist gut. Dann kommt man dann so auf die ersten Kurven zu und es geht bergauf, dann nimmt man sich halt ein bisschen mehr Drehzahl. Dann ist der Klang einfach das, was das Auto und den Motor ausmacht. Ja, und der Motor prägt das Auto. Also jeder, der sagt, er fährt aus einem anderen Grund in der 163, der lügt in dem Fall, um davon abzulenken, dass er den geilsten Motor überhaupt hat, denn das ist das, was hier das Auto auszeichnet. Egal ob man innen oder außen ist, außen ist es an sich noch eine Spur brutaler als innen. Ja, das ist der absolute Serienklang und ja, da braucht man auch keine Angst vor einer Potenzialkontrolle zu haben. Trotzdem sollte man es innerorts damit nicht übertreiben. Wenn man ja mal so eine Gerade hat und das Technik kann eigentlich rollen lassen und kann einen höheren Gang wählen, ist es gefühlt, als ob ich gegen eine Wand fahre. Denn das Problem ist halt einfach nur, ja, rollen tut der Wagen überhaupt nichts. Das heißt, die Widerstandskräfte vom Motor sind so hoch. Wer hier Brems oder einen hohen Bremsenverschleiß hat, der ist eigentlich selber schuld. Ich kann hier eigentlich sehr vorausschauend fahren. Das heißt, wenn ich hier ein bisschen vom Gas gehe und runterschalte, dann werde ich einfach so langsam. Das heißt, Bremsen ist hier wirklich unnötig. Ja, das Fahrwerk, es ist für ein Mercedes wirklich hart. Das heißt, ja, man hat versucht, mit den Gewichten gut umzugehen und das Auto sportlich zu kriegen. Und das bedeutet in dem Fall halt eine wirklich sehr, sehr knackig harte Abstimmung. Aber wenn man so ein paar Kurven vor einem hat, dann ist das auch gut, wenn man das Gewicht bedenkt, dass das Auto halt so hart ist. Ich habe dadurch keine Seitenneigung. Und das sehe ich auch sehr, sehr schön an meiner Motorhaube. Ja, mit diesen Wirbungen. Und wirklich jeder kleine Gasstoß macht einen da halt glücklich. Ja, und wenn man dann runterschaltet, merkt man, ja, ich habe eine Zwischengasfunktion bei meiner ganz normalen Wandlerautomatik. Sie kriegt also einen guten Spagat zwischen extrem komfortabel und sportlich hin. Die Schaltzeiten sind jetzt nicht die allerschnellsten. Wenn man so wie hier allerdings ein bisschen bessere Software aufgespielt hat, dann passt das aus meiner Sicht für den Alltag völlig. Wenn wir es richtig krachen lassen möchten, wird sehr schnell jetzt ein Problem mit seiner Öltemperatur bekommen. Und so lassen wir es ein bisschen rollen und lauschen dem Ganzen einfach nur. Ja, die Bremsen sind von der Dimensionierung schon ganz gut. Beim Performance-Paket gab es dann noch eine Ecke größere. Wird halt teuer, wenn man was machen muss. Aber an sich, ja, ich komme ja eigentlich ohne Bremsen den ganzen Berg nach unten. Wenn ich vielleicht mal runterschalte, habe ich halt noch mehr Kraft durch meine Motorbremse. Und hier in diesen engen Kurven merkt man halt, ja, ich habe viel Vorderwagen, ich habe viel Gewicht vorne. Und wenn ich natürlich auch so eine Kurve rausgehe und voll drauf tabbe, dann habe ich halt irgendwo hinten ein Traktionsproblem. Das ISP ist dreistufig. An, aus und Sport habe ich irgendwo dazwischen. Ich empfehle natürlich eben, das Ganze grundsätzlich anzuhaben. Wer mehr Spaß für kann es natürlich ausmachen. Aber dann habe ich halt wieder das Thema mit meinen Hinterreifen, die sich sehr schnell verabschieden. So, und dann ist man hier so den Berg auch eigentlich schon wieder nach unten. Und was halt auch schön ist, wenn man es hier im Display sieht. Ich kriege halt sehr, sehr deutlich angezeigt. Hey, Junge, schallt doch einfach mal. Das heißt, ja, ich kann hier mal fahren. Und dann immer, wenn die Drehzahl nach oben geht. Punktlandung bei Landstraßentempo, wenn man von zwei auf drei wechselt. Das Ganze macht einfach unglaublich viel Spaß. Eine große Frage, die ich natürlich stelle, ist, was läuft das Ding eigentlich spitze, wenn es nicht abgeriegelt ist? Dafür muss es ein bisschen dunkler werden. Es ist erst um neun. Ja, und dann kann man sich auch den Klang noch ein bisschen genauer anschauen. Das sollte man am Tag in der Zivilisation wahrscheinlich eher selten tun. Die Sitze finde ich sehr, sehr gut. Also da selten was Besseres erlebt. Das einzige Problem ist, ich sitze einen Tick zu hoch. Das heißt, ich bekomme ihn einfach nicht tief genug. So, und wenn ich hier alles auf Komfort stelle, dann kann ich auch ganz gediegen dahin leiten. Das Auto ist aber immer präsent und der Motor möchte immer. Das heißt, ich kann nicht dahin wollen. Er will immer ein bisschen Druck haben. Und dann verleitet er einen einfach auch, schnell zu fahren. Bedienung, wie in jeder anderen C-Klasse auch, völlig in Ordnung. Ich finde mich hier gut zurecht. Das ist ein gutes Alltagsauto. Der Wendekreis ist ein Tick größer, ist aber immer noch völlig im Rahmen. Und ja, ich kann noch ein Kombi nehmen, dann ist das Ganze auch noch praktisch. Er ist halt wirklich hart für Mercedes und er ist wirklich laut für Mercedes. Das sei dazu gesagt. Wer aber ein AMG möchte, der möchte es genau aus diesen Gründen. Und von daher kriege ich hier das, was ich erwarte. Man hat halt versucht, auch M3 und Co. ein bisschen Paroli zu bieten in Sachen Sportlichkeit. In Hocknheim wurden dann trotzdem mehrere Sekunden abgenommen. Ja, der M3 mit seinem 4 Liter V8 damals war halt einfach leichter. Und dementsprechend auch schneller auf der Rennstrecke. Das hier ist mehr so ein Autobahnbomber. Und ich habe den Vorteil, an jeder Kreuzung, wo ich anfahre, ich genieße es auch. Ich lache auch nur und ich freue mich. Bedeutet aber halt auch, dass ich eine gewisse Aufmerksamkeit auf mich ziehe. Und ob ich das wirklich möchte? Your Choice. Das musst du tatsächlich für dich selber entscheiden. Ja, und das ist unsere Fahrt der Zielung C63 bei Tag gewesen. Und ich bin stark dafür, dass wir uns das Auto nochmal bei Nacht anschauen. Aber vorher gibt es für euch jetzt ein kleines bisschen Car Ranger Score, damit ihr wüsst, sollte ich mir vielleicht einen kaufen oder nicht? Und wenn ihr einen verkaufen wollt, ja, dann geht das natürlich über Car Ranger. Muss man ja ein bisschen Werbung in eigener Sache machen. Also, wir sehen uns im Fazit. Fazit für unseren C63, den wir uns heute angeschaut haben. Es ist 2019, bitte beeilt euch mit dem Kaufen von so einem Auto. Denn es ist ein 6,2 Liter Mercedes und so was wird es so schnell oder gar nicht mehr geben. Wir haben ja etwas wirklich Besonderes vor uns. Vor allem, wenn man bedenkt, es ist nur eine C-Klasse mit einem 6,2 Liter. Und das Auto wurde vorne und 15 Zentimeter verlängert und ich habe Napaleder im Inneren und Alcantara. Also aus meiner Sicht, ja, gibt es wenig Gründe, sich gegen so ein Auto zu entscheiden. Natürlich außer Verbrauch und Reifen und ich brauche sowas vielleicht nicht oder ich habe eine Familie. Lauter so rationale Gründe. Aber wenn man ein kleines bisschen verrückt ist, dann ist das eine durchaus vernünftige Alternative. Und ich persönlich habe halt das Problem, ich steige in dieses Auto ein und vielleicht geht es mir nicht so gut. Man dreht den Zündschuss so rum und alle Sorgen sind wie weg. Aber nicht sehr lange, denn mein Tank hat 66 Liter, mein Verbrauch ist zweistellig. Das hat Folgen. Naja, aber wenn wir das Ganze mal versuchen, im Carlinger-Score festzuhalten, fangen wir mit etwas ganz Vernünftigen wie der Anschaffung an. Und bei der Anschaffung bekommt der ganze sieben Punkte. Ja, so ein C63, die gehen so, ich sage mal, bei 25 gehen die Vernünftigen los, 30, 35, 40. Ich kann natürlich viel mehr ausgehen, wenn ich ein Facelift will, Edition 507 als Coupé und so weiter. Aber ich bekomme sehr viel Motor fürs Geld und vor allem der Motor erhält das, was er verspricht. Das hat natürlich auch Folgen. Und wenn man dann einfach einmal hier rüber springt, dann sieht man, was die Folgen sind. In dem Fall haben wir nagelneue Reifen drauf, die natürlich ein paar Euro kosten. Und mit 255 eigentlich viel zu schmal dimensioniert sind. Ja, das bringt uns zum Thema Unterhalt und da bekommt er ganze drei Punkte. Ja, diese drei Punkte bekommt er dafür, dass einige Teile, die ich brauche, ja doch schon ins Geld gehen. Zum Beispiel Bremsen und Co. Um ein Verbrauch, naja, ein Kostverächter wird er wohl nie werden. Was das Thema Platzangebot angeht, ja, das ist auch schon wieder ein bisschen besser aufgestellt. Der Kofferraum und auch der Platz hier hinten ist vernünftig einfach für eine Mittelklasse-Limousine. Viel mehr kriege ich da auch nicht. An dieser Stelle gibt es dann also sechs Punkte und wenn ich hier eine Reihe weiter vorn auf diesem wunderbaren Nappa-Ledersitz zum Platz nehmen darf, ja, dann kommen wir zum Thema Komfort. Und da gibt es dann fünf Punkte für das Auto. Nur fünf Punkte könnte man jetzt sagen, aber ja, er ist härter, als man es von einem Mercedes gewohnt ist. Er ist lauter, als man es von einem Mercedes gewohnt ist. Und er geht halt einfach Komfort verloren. Das ist halt der Preis der Sportlichkeit, den man bezahlen muss. Der Preis, den man bezahlen muss, bringt uns auch zum Wiederverkauf und da gibt es ganze acht Punkte. Hier steht 6.3. So was ist selten, so was ist begehrt. Man muss halt nur einen anderen Bekloppten finden. Daher acht Punkte für den Wiederverkauf. Macht also 29 Punkte für meinen Kopf. Ja, ich würde sagen, alles ab 30 ist vernünftig. Haben wir immer Glück gehabt, dass wir ihn noch als unvernünftig abstimmeln können. Beim Design bekommt er dann einen Punkt mehr als der normale 204er. Der Kohlflügel ist schöner, die Motorhaube ist schöner. Und ich weiß halt immer, dass ich in einem C63 sitze. Da gibt es da ganze acht Punkte. Die acht Punkte gibt es auch beim Fahren. Der Fahrspaß kommt eigentlich rein durch den Motor. Denn das Fahrwerk ist ja ein Tick zu hart. Der ist ziemlich kopflastig und muss halt einfach irgendwie mit der Leistung und mit seinem Gewicht klarkommen. Aber der Spaß bleibt aber trotzdem nicht auf der Strecke. Bei der Ausstattung gibt es dann sieben Punkte. Ich habe alle wichtigen Features von der C-Klasse und kriege halt noch so ein paar AMG-Sachen mit dazu kredenzt. Klang? Ich glaube, da brauchen wir keine lange Diskussion haben. Zehn von zehn und spätestens in der Nacht sollte ich mir das nochmal selbst beweisen. Zu guter Letzt bleibt dann ja das Image. Ich kriege möglichst viel Motor für mein Geld. Das bedeutet, wenn ich jetzt zum Beispiel nach Stuttgart gehe und in Ruhe einen Kaffee trinken möchte, kann ich es nicht. Weil 78 C-63 AMG's nicht über den zweiten Gang hinauskommen werden. Dadurch ist er ein bisschen verschrien, obwohl er eigentlich sehr, sehr viel kann und sehr, sehr viel leistet. Da gibt es beim Image dann nochmal magere sechs Punkte oben drauf. Macht für mein Herz also 39 und 68 insgesamt für den C-63, den wir uns angeschaut haben. Ja, mich interessiert vor allem, wie findet ihr den Innenraum vor Facelift oder vor Modellpflege zur Nachmodellpflege? Wie steht ihr allgemein so zum C-63? Findet ihr diese Variante gut oder findet ihr den Biturbo, der danach kam, interessanter? Danke fürs Zuschauen. Wie immer kräftig teilen und Co. Wir sehen uns in der nächsten Woche. Euch bis dahin noch eine gute Fahrt und ciao. Wir sehen uns in der nächsten Woche.